Aber ohne Scheiß, hammergeil. Einmal mache ich hier so ein Stream-Update, wenn irgendwas passiert ist. Und zum anderen versuche ich die Sachen, die ich vor dem Stream gebaut habe, nicht zu zeigen. So, damit haben wir uns letztes Mal beschäftigt und ich würde das gerne weiter ausbauen. Und zwar würde ich hier ganz gerne eine Eingangsfalle machen. Aus dem Grund, weil zum einen ist es dann... Ne, warte, da war ich falsch. Zum einen ist es dann ja fertig, bevor die Folge kommt. Ne, ist blöd, oder? Bevor die Folge kommt. Ja, bevor es überhaupt einer sieht. So ist die Chance halt höher. Mann, genau so weit weg, dass es gerade nicht geht. Und zwar dieser Laser-Drill ist ja mega gefährlich. Normalerweise ist man ohne Rüstung instant tot, soviel ich weiß. Und wenn man den jetzt so hier hin macht, dann hat man hier eine richtig gute Tür. Weil hier kann da nicht unbedingt einer durch. So. So, lassen wir das mal. Ich muss natürlich nur jetzt ein bisschen Versteckarbeit leisten. Dafür muss ich jetzt die Drawbridges mal richtig setzen und den Hebel natürlich jetzt nicht so unbedingt hinmachen. Oh, fuck. Ich sehe schon. Ich habe mir richtig gut was hier ausgedacht. Den Hebel nicht so hinmachen, den jeder sieht. So. Ähm. Eins, zwei, drei. Wäre rein theoretisch dann... Hier. Also ich habe auch jede Menge Drawbridges. Die sind auf jeden Fall richtig cool. Damit machen wir nur ganz, ganz viel. Ich hoffe, ihr freut euch da drauf genauso wie ich. Weil da steckt viel Potenzial drin. So, drei. Eins, zwei, drei. Weil dann geht oben zu, unten auf. Ne, gar nicht. Oben auf, unten auf. Und sonst sieht man halt nix. Und den eigentlichen Hebel, den könnte man vielleicht hier unten machen. Man könnte den jetzt auch so verstecken. So ähnlich wie bei Craft Attack. Aber ich lasse es mal. Ich finde es aber richtig cool, dass man jetzt hier anfangen kann, Fallen zu bauen und das Haus zu sichern. Und nachher soll es ja auch dann weitergehen mit Cast Crafter zu dem Freizeitpark. Aber das natürlich erst, wenn das Haus so weit ready ist. Und ich sage immer, hoffentlich schaffe ich das, weil ihr kennt meine Häuser. Ich baue die meisten immer ein bisschen, äh, platzsparend. Nicht. So. Diese Rednet-Kabel finde ich sowas von geil. Dann kann man da ne Fackel dran machen, oder? Ne, gar nicht. Ne Fackel, von wegen. Die laufen eigentlich gleich. Also synchron müssen die eigentlich laufen. Da kommt was hin. Kommt unten was dran und da machen wir einfach den Hebel. Den Hebel dann einfach hier dran und fertig. Sollte eigentlich funktionieren. Und da mache ich jetzt mal den Test. Wie gesagt, ich finde es mega geil, diese Sachen, die man hier bauen kann. Ach so. Geil, oder? Direkt die Tür gesichert. Sehr, sehr geil. So. Muss natürlich oben auch nochmal eine Menge bauen. Aber wenn man hier immer so ein paar kleine Gimmicks in das Häuschen baut, dann finde ich es irgendwie geiler. Geiler zusammen. Und jetzt fülle ich die Scheiße hier noch mit Erde. Fusche am Bauern, kenne da. So. Und irgendwann kommt auch der Heli mal dran. Ich denke mal, dass ich den vielleicht, den Landepot, habe ich jetzt schon eine Idee, wo der hin soll. Oh Mann, da sieht man ja, ne, sieht scheiße aus. Wie gesagt, da habe ich schon eine Idee, wo der hin soll, aber da muss ich natürlich noch einiges für bauen. Aber dann steht er da. So, dann kann das hier zugemacht werden. Ach ne, gar nicht. Da muss ja, muss ja das hier vor. Oh nein. So. Lol, jetzt fehlt mir einer. Dann machen wir das doch mal so. Ich glaube, so ist eh besser. Wollte schon sagen, warum leuchtet er nicht durch? Ich weiß auch nicht, ob man noch eine Möglichkeit hat, hier die Hebel irgendwie anders zu verstecken. Vielleicht mit einer, mit einer, mit einer Facade oder sowas. Also ich weiß es nicht, müsste man mal ausprobieren. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall unsere kleine Falle drin. Ist genau die hier. Dann kann hier vorne ja noch die Stator hin, ne? Und dann kann man hier oben noch die generelle Tür machen. Und ich muss mal nochmal gucken, ob es hier irgendwie noch so Wireless-Kram gibt, weil ich würde natürlich ganz, ganz gerne alles zentral irgendwo steuern können. Wenn ich mich im Lager auslogge, dass ich dann so einen Hebel ziehe und alle Fallen fahren aus. Das wäre auf jeden Fall schon mal genial. Genial zusammen. Ähm, da fällt mir ein, diese andere Falle im Fahrstuhl, die könnte ich eigentlich auch mal so machen, dass man die auch ausschalten kann. Wenn man mal Leute zu Gast hat. So, drei. Ne, vier sind's, oder? Vier. Wobei, ich glaube, ich mache da so Klötze rein. Die sollen sich ja ein bisschen voneinander unterscheiden, dass sie zumindest anders aussieht als die Wand. Vier. Einen davon und vier. Ja. So. Sehr, sehr geil. Und dann kann man den nächsten Hebel schon wieder hier dran machen. Den mache ich aber, glaube ich... Vielleicht mache ich sogar außen ein, dass man den quasi auf und zu machen kann. Ich mache es erstmal jetzt so dran zum Testen und dann schauen wir mal. Weil da weiß ich noch nicht, ob jetzt außen und innen Hebel dran soll. Von drinnen jetzt nicht so sexy, aber von außen eigentlich ganz cool. Denkt man so, hey! Dann kann man hier irgendwo einen Knopf drücken, anschellen, Hebel drücken. Dann sagen die Mäuse und dann gehe ich oben her und dann, äh, Bäm! Genau hier könnte man nur drei Drawbridges hinmachen und dann könnte man von unten die Falle entschärfen. Das wäre genial. Wo komme ich hier raus? Da komme ich raus. Aber ohne Scheiß, hammergeil. Hammergeil, da steht man sofort drin. Zumindest die anderen. Sehr, sehr cool. So, was bauen wir noch? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht mache ich jetzt wirklich die Entschärfung hin von den anderen Dingern. Hallo? Kann man das hier wegbauen? Jo. Oh, ich glaube, da war, ähm... Da war schon draußen. Ja, sieht man auch. Aber ist eigentlich Latte. Kann ja offen bleiben. Mach da nur mal eben hier. Nein, 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 nein. Okay, dann kommt die Erde hin. Ich baue immer so eng, ne? Ja, warte mal. Kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier. Falsch. Öh. Und Wireless, da müsst ihr mir dann helfen. Zeigt mir irgendwie, wie man das Wireless machen kann, Mann. So, dann kommt hier der Schalter hin. Ah ja, passiert ja eh nichts im Moment. Aber hier kann man dann ein paar Cobblestones reinmachen. Ich weiß ja nur nicht gerade, wie viel. Müsst ihr jetzt mal einmal gucken. Gleich mal einmal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Hier war sechs Steine. Ja, lol. Dann packt ihr den da rein. Genau. So rum. Da warte hin. Und hier noch warte hin. Das kann ich. Guck mal, selbst das hört man nicht. Wegen den Sound-Mufflern da hinten. So, aber Fall ist gesetzt. Gut. Stimmt. Der Generator. Was macht der? Lädt der auf oder lädt der ab? Lol, der lädt. Reicht nicht für die Aufladung. Heftig. Weil ich gerade, wo geht denn die ganze Energie flöten? Zapf die einem mal eine Energie an. Bei 3.000 per Tick. Frequenz 12. Ne, wüsste jetzt nicht. Kein Plan. Und ne, gar nicht. Ich hab den aus, ne? Lol, ich hatte den aus. Deswegen. Oh nein. Spiel abgestürzt. Okay. Mein Gott, das war knapp. Das war knapp. Aha. Jetzt fährt er da raus. 472 Grad. Den oberen hab ich noch gar nicht aktiviert. Da wollte ich ja noch ein... Ah, wollte schon sagen. Jetzt geht's wieder aufwärts. Und zwar rasend schnell, Mann. Ich könnte ja auch mal wegbringen, den Scheiß. Das ist die Query-Tour ohne Queries drin. Ich könnte ja da nochmal eben schnell... Boah, wenn ich den aktivieren würde, ne? Ich glaub, dann wär der Holocaust... Nein, Quatsch. Wird ganze Dinge explodieren. Äh... Tesseract. Tesseract. Dann gemacht. Kann ich auch mal hier eben machen. Casing. Weil da, wo der Tesseract stand, da hab ich die... Wo war's denn hier? Ach so, hier auf der Höhe. Da hab ich dann halt hier so ein Casing hingemacht. Oh oh, Enderman im Haus. Und in den Frequenz-Nummero 12 machen Ouna natürlich nur mich. Frequenz-Nummero 12. Machen Ignore und machen hier... Ey, hallo, hallo. Machen eigentlich nur... Energy-Mode... Sand-Only. Was? Bin ich mal gespannt. Wo ist die... Da? Und jetzt brauche ich ganz viel von dem Zeug... Aber wie hieß das nochmal? Yellow-Reed, ne? Yellow... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel in diesen Generator reinpasst, bis der halt voll ist. Aber das sehen wir ja jetzt. Lol, hier ist das Glas hingefluppt. Okay, Leute. Oh, ne, gar nicht. Wo war's nochmal? Da ist der aus, aber man kann den ja hier anmachen. Weg. Weg. Okay, zwei Stacks und ein bisschen, dann ist er quasi... Voll ausgelastet. Und wenn ich den jetzt aktiviere, ich bin sehr gespannt, wie hoch das geht. Achtung, haltet euch fest! Für die volle Ladung Generator. also... Auch... Oh, 1000, 1000, 1200. 1300. 15.000 pro Tick! Loll, 16.000 Das kriegt hat den gar nicht rausgeführt Weil da nur 10.000 pro Tick durch das Kabel gehen, aber ich meine, wird der hier gespeichert? Wahrscheinlich brauche ich dann zwei Outputs Heftig Aber ist eigentlich ganz gut Ist nicht zu heiß Heftig, Mann Okay, er lädt sich auf jeden Fall schneller auf Schon mal cool Da man sieht ja auch, wie schnell sich dieser Puffer hier auflädt Weil der gar nicht so viel rausgepowert Kriegt voll heftig Okay, machen wir mal Stopp Dann entlädt sich der Puffer mal Jetzt durch die Zellen, aber krass Einfach nur mega krass Und hier kam 2, irgendwas raus Das ist noch nicht mehr voll Deswegen, der kann einfach mal auspowern, bis der leer ist Und ich würde sagen, gebt eine Folge hoch Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat Und wenn ich noch mehr Fallen bauen kann Ich bin natürlich auch über jede Hilfe dankbar, die ich von euch kriege Und sowieso, wenn sich so viele das Let's Play angucken Mich natürlich immer super glücklich Also haut rein und bis zum nächsten Part von TechTown Da liegt ja ein Buch Gebt